UNTERTITELUNG 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 Wieso schaut euch Wohnungen an, die nicht bezahlen können? Können bezahlen? Wir haben bloß nicht dieses dumme Zeug wie Steuernummer und Schufa. Die Wohnung ist zur Sanierung zurückgestellt. Wie viel willst du? Es gibt nichts umsonst. Wir helfen Leuten ohne Papiere, besorgen Jobs. Wir haben gehört, du kannst Wohnungen besorgen. Wer sagt das? Das haben wir ja gehört. Warum lügt ihr mich an? Beide. Ihr seid keine Geschwister, du bist ja noch nicht mal Pole. Geschwister sind immer die Guten, halten immer zusammen. Was willst du? Möchtest du gerne in der Mitte liegen? Es geht hin und her. Ganz nah. Und dann ganz weit weg. Ich bin einer und her. Ja, dass du gerne in der Mitte ein. Dazu geht es. Ja, ich bin einer und her. Ich bin ein. Ich bin einer vezes alter. Ich bin ein, der es буде. Und dann sind wir riesig. Werden. Und dann sind wir, der Zeit. Ich bin ein. Vielen Dank.